Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, da sind keine Journalisten, sondern Tellulisten. Aber in Nordkollier gibt es sowieso niemanden, der eine andere Meinung hat als ich. Und was nie passt, wird passend gemacht. Wenn du auch für Freiheit und unabhängige Presse bist, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen. Untertitelung des ZDF, 2020